Alexander Zverev gehört zu den absoluten Shooting-Stars der Tennis-Szene und wird weltweit als die kommende neue Nummer 1 der RATP-Weltrangliste gesehen. Nun ziert der 21-Jährige das Cover des berühmten Lifestyle-Magazins 1843. Alexander Zverev polarisiert, Alexander Zverev begeistert und Alexander Zverev spielt gut Tennis. Sehr gut sogar. Der hochgepriesene 21-Jährige wird von vielen Experten schon als kommende Nummer 1 im Männer-Tennis genannt. Natürlich werden auf solch einen Spieler auch diverse Lifestyle-Magazine aufmerksam. So auch das berühmte Magazin 1843, das von The Economist herausgegeben wird. Der Verlag des preisgekrönten Magazins sitzt im Vereinigten Königreich und befasst sich mit Themen rund um Mode, Lifestyle und Kultur. In der August-September-Ausgabe ist Zverev auf dem Cover zu sehen. Der junge Deutsche und dessen bisherige Tennis-Geschichte wurde als Leitartikel ausgewählt. Zverev, mit sportlicher Kleidung, dem berühmten Haarband und einem neutralen Hintergrund perfekt in Szene gesetzt bekommt die Überschrift He Scott Balz. Frei übersetzt bedeutet das, dass der 21-Jährige eine gehörige Portion Mut und, metaphorisch gesehen, ein großes Tennistalent hat. Zverev, Tennisspieler, Star, Wunderkind Zverev wird im Magazin als ein Spieler mit Potenzial zur künftigen Nummer 1 im Welttennis beschrieben. Angefangen mit seinem ersten Masters-Titel in Rom 2017, als er Novak Djokovic im Foro Italico keine Chance ließ und einen klaren Zweisatz-Sieg einfuhr. Auch der Sieg über Roger Federer im Montreal Masters-Endspiel wird als Indiz für die glorreiche Zukunft des gebürtigen Hamburgers genommen. In der Tat gelangt Zverev an diesen Tag historisches. Er war der erste Teenager seit Andy Murray im Jahr 2008 der Federer besiegen konnte. 20 Jahre nannte Zverev bereits zwei Eintausender-Titel sein Eigen. Mittlerweile sind es drei. In der vergangenen Sandplatz-Saison triumphierte Zverev in Madrid und schnappte sich den Titel gegen Kumpel Dominic Thiem. Zverev wird als emotional, charismatisch und polarisierend beschrieben. Verständlicherweise, denn die Attitüde des 21-Jährigen auf dem Platz ist alles andere als scheu. Zertrümmerte Schläger und Wortgefechte mit den Schiedsrichtern sind keine Seltenheit. Sascha reiht sich in Illustre-Reihe ein. Das Titelbild auf dem 1843-Cover zu sein wird nur wenigen Stars gegönnt. Zverev reiht sich damit in eine Reihe voller Top-Stars ein. Unter anderem waren Mode-Ikone Donatella Versace, Schauspielerin Angelina Jolie oder Justi zur Herzogin von Sussex ernannte Meghan Markle auf dem Cover zu sehen. Zverev scheint in den internationalen Medien also als absoluter Shootingstar angesehen zu werden. Das Magazin ist in ausgewählten Zeitschriftenläden auch in Deutschland zu haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017